Am 22. Oktober wählt das Schweizer Volk ein neues Parlament. Aus dem Wahlkreis Wiesau bewerbt sich fünf Kandidierende um einen der neun Luzänen-Sitze im Nationalrat. In Vino Veritas, im Wien liegt das Wort, sagt man. Wird das auch bei unseren Politikerinnen und Politiker, die wir eingeladen haben, der Fall sein? Heute im Stand ist die SVP mit Andi Wandeler. Guten Tag Andi Wandeler. Guten Tag. Sind Sie im Stand ist Ihr Poulter oder Zuhörer? Ich bin eigentlich selten am Stammtisch. Ich bin jeden Morgen im Café Merkas anzutreffen. Seit über 30 Jahren bin ich meistens am Morgen um 8 Uhr dort. Ich gehe dann die Zeitungen lesen, wie Willi Sauerbott, Luzerner Neusty und die aktuellen Luzerner Landzeitungen. Poulter, ich höre sicher zuerst einmal zu. Aber wenn ein Thema aufkommt, kann ich auch sehr emotionell werden. Dann kommt es eigentlich schon vor, dass ich ein langjähriger Unternehmer bin. Haben Sie das politische Vorbild? Ja, das habe ich. Der Franz Greuter ist für mich eine Person, die souverän dasteht. Er ist in der Aussenpolitik, schon länger im Nationalrat. Und für mich ist es eine grosse Ehre, mit Franz Greuter in die Nationalratswahlen zu starten. Wir haben zusammen die Gewerbsschule in Willisau besucht, vor ganz vielen Jahren. Er hat Automechaniker, also ich habe Automechaniker gelehrt und er Lastwagenmechaniker. Und wir haben beide unseren Weg im Gewerbe gemacht und sind jetzt eigentlich in der politischen Phase wieder aufeinandgetroffen. Sie haben sich im Frühling in der WB-Beilage für Kantonsratswahlen zu vielen Themen geäussert. Welche zwei Themen sind Ihnen am wichtigsten? Mir ist sicher die Wirtschaft wichtig, der Kanton Luzern mit seinen Unternehmungen und KMUs. Hier müssen wir gute Rahmenbedingungen machen, damit es weiterhin Arbeitsplätze gibt. Und vor allem dann wieder die Arbeitnehmer, Bürgerinnen und Bürger einen Wohlstand haben durch das. Weiter ist für mich wichtig, dass auch die Sicherheit und die Freiheit hier zum Tragen kommt. Sie haben einmal ein Fitnesscenter gegründet und auch geleitet. Bei welchen politischen Themen fühlen Sie sich besonders stark? Das Fitnesscenter habe ich vor 1987 eröffnet. Ich bin einer, der für die Jungen einsteht. Ich habe Mitarbeiter, die die gleichen Voraussetzungen hatten wie ich. Leistungssportler und einen Handwerksberuf. Und ich bin da bereit, in jemandem Jungen den Betrieb zu übergeben. Das habe ich auch gemacht und habe mir so wieder Spielraum gemacht, dass ich hier in der Politik jetzt Fuss fassen kann. Und möchte eigentlich meinen Beitrag leisten und Hilfe gestalten. Was möchten Sie unbedingt gerne besser können? Jetzt in der politischen Phase hat man natürlich einen grossen Lernprozess, den man macht. Wir sind in anderen Gebieten. Ich bin jetzt in der Justiz und Sicherheit, in der Kommission. Es ist sehr interessant jetzt auch in diesem Gebiet. Nebst meinem Nebenberuf, den ich jetzt noch ausübe in der Sicherheit, ist das eine gute Ergänzung, die ich mich weiterformen kann. Andi Wanderer, danke für das Gespräch. Danke euch. Vielen Dank.